so grittings männer dann ist wieder back und zwar zu einem kleinen video von dort von der mango im mortelshell bin hier bei den wandelnden archiven und was ich noch sagen will die mango ist kommen nur erreichen wenn man in gebiets post oder nicht gelegt hat und der weiter geht es nicht mehr also das level da bis sie verändert wird es geht anders aber hinterher ganz sauber ist plötzlich kopf gesprungen wichtig ist beim abfallen das einfach noch vorn läuft nicht langsam über kanten und unten bevor das aufkommt hohlen verheerten drucker so so wenn man sich umge bei meiner ungefähr rechts neben meiner ausdauerleisten sagt man die drühe liegen und da müssen wir alle da gehen wir jetzt da her da so und einfach gerade vier gehen nicht langsam und unten harten ja so macht man es nicht zu spät gedruckt zu spät verhärtet da ist ja schon die mango ja so ist es wenn man was vorführt wenn man was vorführt dann geht es ziemlich oft in Tosen ein kettchen m nicht ein b nicht kostet nix ich ich könnte es dort nur mit Vorhoffungen aber immer eine blöde es war was die nicht vorbeigehen ich habe es vorher schon erklärt, ich gehe jetzt einfach heu ja, aber die Mango habe ich also Männer, hat sein, macht es sich gut, habe die Ehre ich gehe jetzt